So, dann nehme ich den eben wieder ab, das nehme ich ihn einmal ab, wollen sie den einmal eben runternehmen, ich will ihn da eben nicht, so. Dann können wir den einfach den anderen schon mal dran machen, so, okay, direkt schon aufsetzen, ja, ja, dann können wir direkt aufsetzen, mal gucken, wie der Mutter aktiviert, der erste ist gut, aber ich schweige den grünen Lauter, gut, so, 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 alle lauter, ein bisschen lauter, alle gut, alle lauter ein bisschen lauter, alle gut alle lauter ein bisschen lauter ein klein bisschen lauter alle lauter klein bisschen lauter ein bisschen lauter, alle ein bisschen lauter, alle gut 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 ja wunderbar wir haben jetzt auch hier einiges korrigiert ja hauptsächlich haben wir es lauter eingestellt gut wie ist denn die Lautstärke jetzt angenehm das ist angenehm ja gut ok ist die Lautstärke auf beiden Seiten jetzt gleich ja angenehm man muss es anpassen aber gut gut, Stefan, dann sprich du doch bitte auch mal wenn ich jetzt so mit ihnen spreche können sie mich gut hören haben sie den Eindruck dass sich das so auch gleichmäßig anhört links, rechts im Moment so hört sich gut an ok? ja bei ihm bei ihm die von 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 Untertitelung des ZDF, 2020